Am Donnerstagmorgen zieht Nebel in die Region. Außerdem ist ab und an mit einzelnen Schauern zu rechnen. Über den Nachmittag bis in den Abend hinein ist es bedeckt, der Regen bleibt im Gegensatz zum Vormittag aber aus. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 7 und 11 Grad. Auch in der Nacht ist es weiterhin wolkig, Tiestwerte von 6 Grad sind zu erwarten. Nass und kühl wird es dann am Freitag. Bei Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad kann es immer wieder zu einzelnen Regenfällen kommen. Der Samstag startet neblig, im weiteren Tagesverlauf klart es aber auf und Sonne und Wolken teilen sich den Himmel. Überwiegend freundlich wird es am Sonntag. Die Sonne scheint vom Himmel, zeitweise ziehen auch mal ein paar Wolken vorbei.